Ja, ich habe gestern, heute in der Früh, eigentlich einen sehr interessanten Podcast gehört aus dieser Serie Erklär mir die Welt. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt von Erklär mir die Welt. Ist auf einem sehr vernünftigen Niveau, also jetzt nicht irgendwie akademisch oder so, aber gutes Niveau, um sehr breit über Themen zu sprechen. War auf der einen Seite Franz Fiebeck, kann ich nur empfehlen. War irgendwie, glaube ich, letzte Woche oder so. Also Franz Fiebeck, Österreichs erster und einziger Astronaut im Weltall. Oder Kosmonaut, sagt man, glaube ich, weil es in Russland war. Das hätte ich gar nicht gewusst oder hätte ich gar nicht benennen können. Ja, nein, war vor 30 Jahren, also bald 30 Jahren im Oktober, glaube ich, aber 91. Also es ist wirklich schon eine Zeit her. Der gute Mann ist jetzt auch schon entsprechend älter geworden. Also er war 31, wie er dorthin geflogen ist. Sehr spannend eigentlich, also wenn einem das Thema Weltall interessiert. Aber das war also Werbung für Erklär mir die Welt. Und davor war jetzt dort Robert Kratky. Ich weiß nicht, ob der Robert Kratky was sagt. Ich glaube nicht. Ja, ist quasi einer der bekanntesten Österreicher so nebenbei angemerkt. Warum? Weil er den Ö3-Wecker moderiert und zwar schon seit 16 Jahren. Okay, doch. Ja gut, ja. Ja, richtig. Also ich höre ja auch nicht so viel Radio und ja, also ich habe mir gedacht, ich sollte ihn mir mal anhören quasi, um auch mitreden zu können. Aber ich finde, er war ein sehr spannender Interviewgast, weil es viel darum gegangen ist, um wie macht man denn eigentlich Radio und wie läuft das? Und was mich besonders angesprochen hat, war dieser Punkt von, du musst dich täglich neu erfinden beziehungsweise ständig reflektieren, was du tust, um erfolgreich zu haben in so einem umkämpften Markt. Und das fand ich eigentlich für den Punkt von uns so spannend. Weil er das ins Spiel gebracht hat, was dein ewiges Credo ist, sozusagen, über die Arbeit nachzudenken. Und er sagt, es ist gar nicht möglich, dauerhaft eine gute Sendung zu machen. Und 16 Jahre, muss man sich mal vorstellen, das ist schon wirklich ewig, eine gute Sendung zu machen, wenn man sich nicht ständig hinterfragt. Und die Frage war dann auch auf ihn gerichtet, wann hat er das Gefühl, dass er eine gute Sendung gemacht hat? Und abgesehen davon, dass er darüber gesprochen hat über Österreich und dass man sich bei uns nicht hinstehen kann und sagen kann, ich mache einfach eine super Sendung, war sein Punkt. Er ist auch wirklich sehr oft unzufrieden, also unzufrieden, aber er denkt sich, ja, da hätten wir noch tun können und dort hätten wir noch tun können. Und da war sehr viel dabei und er hat das gleich umgelegt so ein wenig auf die Medienbranche, wo er meinte, in dem Moment, wo man so ein öffentlich wirksames Produkt hat, muss man sich selber und das Produkt einfach ständig hinterfragen. Diesen Satz wollte ich dir jetzt rüber spielen damit. Ja, also viele Punkte, wo man, glaube ich, irgendwie ansetzen kann, weil natürlich ist ja dieses ständige Reflektieren erwähnen wir ja immer wieder und auf ganz unterschiedlichen Ebenen eigentlich. Aber ich finde vielleicht der letzte Punkt eigentlich nochmal am interessantesten irgendwie, weil wir ja auch da schon mal über Leistungssport und Ähnliches gesprochen haben, wo ja die, sagen wir so, irgendeine Validierung geschieht, ja sowieso quasi von außen anhand der Produkte, die du produzierst oder deine Ergebnisse oder wie auch immer. Und das ist ja genau bei so einer Radiosendung ist halt eigentlich der interessanteste Punkt, auch rein irgendwie philosophisch gesehen, dass man trotzdem reflektieren sollte, müsste oder es macht, obwohl man über Jahre lang von außen validiert ist mit einer guten Sendung sozusagen. Weil es gibt ja dann, wieder wie im Leistungssport und so, du hast deine Ergebnisse, du hast deine Tables, du hast deine Verkaufszahlen, du hast deine Zuhörerzahlen und deine Aufrufe und so. Und damit kannst du dann feststellen, ob das jetzt gut ist oder nicht. Aber natürlich auf einer wahrscheinlich keiner guten Ebene, weil was bedeutet Zugriffe oder damit misst du ja keine Qualität, sondern da misst du halt, ja, Quantität, wie es quasi inhärent ist in Zahlen. Da misst du ja nur das damit irgendwie. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Punkt und das ist eigentlich ein schöner Aufhänger, und das kann man natürlich bei vielen anderen erfolgreichen Personen in ganz unterschiedlichen Branchen ja genauso feststellen, dass sie sich nicht durch diese externen Dinge validieren lassen, nicht unbedingt nur dadurch validieren lassen, sondern trotzdem über ihre Arbeit reflektieren wollen und nachdenken wollen und sich selber sozusagen die Benchmark setzen und sich aber dann selber natürlich auch evaluieren müssen. Oder nicht nur müssen, sondern sie machen es einfach. Und da gibt es natürlich auch in der historischen Philosophie ganz viele Punkte, die quasi in die Richtung gehen, dass du dich halt eher mit dir selbst vergleichst und nicht mit irgendwie externen Punkten oder Markern, sondern dass du deine ganze Reflexionsarbeit auf deine Erfahrungen oder auf deine Arbeitsschritte sozusagen aufbaust. Und nur so wirst du besser, weil du kannst dich halt nicht so messen, dass du dann anschaust, bestes Beispiel, wenn wir jetzt bei Radio bleiben, er könnte zum Beispiel die Aufrufszahlen von einem Joe Rogan anschauen und sich denken, ja okay, wozu, okay, dann brauche ich nicht mehr in der Früh aufstehen und ins Radio gehen, weil mich hören nicht Millionen und Millionen und Millionen an Menschen pro Tag auf der ganzen Welt. Aber das macht man ja nicht, sondern man sagt, okay, ich habe meine Box oder wie auch immer man das nennen möchte und ich, das hat glaube ich auch der Jordan Peterson irgendwann mal so gesagt, dass man sich ja eher mit sich selbst von gestern vergleichen sollte und nicht mit anderen Menschen irgendwie extern. Und das ist eben auch, aus der historischen Philosophie und so kommen ja ganz viele Dinge, dass dieses Vergleichen und dieses sich selbst validieren nicht immer der, sagen wir so, der gesündeste Approach ist für auch irgendwie mentale Gesundheit und natürlich auch Produktivität, weil du halt einfach, deine ganzen Marker verschieben sich halt ständig und das ist noch immer am einfachsten, selbst zu reflektieren auf das, was ich gemacht habe oder das, was ich vorhatte. Und quasi, um den Gedanken nochmal abzuschließen, und der lässt sich mit den letzten beiden Wochen irgendwie verbinden, ist, dass ja so eine Reflexion ja eigentlich auch nur möglich ist, wenn du entsprechende Ziele sozusagen und Anführungsstrichen gesetzt hast in deine Arbeit. Und da sind wir eigentlich bei den letzten paar Wochen, wo wir eben so mit Deep Work und sowas, wo wenn du jetzt keine Ziele gesetzt hast oder keine To-Do-Liste hast oder keine Ahnung von deinem Projekt hast, dann kannst du auch nicht drüber reflektieren, weil dann hast du keinen Frame of Reference sozusagen, weil dann, ja, wonach richtest du dich aus? Oder was willst du überhaupt reflektieren? Weil dann reflektiere ich über, ja, heute bin ich gesessen und dann bin ich vier Stunden später vom Computer aufgestanden. Okay, und was kommt dabei raus? Also es ist, finde ich eigentlich ganz interessant, dass das ja eigentlich nur als Gesamtkonstrukt funktioniert, dass du von Anfang an die Ziele festlegen musst und setzen musst, damit du überhaupt über irgendwas reflektieren kannst, weil eben, sonst klappt weder das eine noch das andere, weil sonst kannst du ja nicht deine Ziele überprüfen, wenn du nicht überreflektierst, aber du kannst auch nur reflektieren, wenn du entsprechende Ziele hast. Das ist irgendwie, finde ich ganz tricky. Also abgesehen davon, dass ich ganz viele Sachen da mit einbringen wollte, die ich gleich wieder vergessen habe, weil es zu viele waren. Nur jetzt zum letzten Punkt mit den Zielen. Wie würdest du das sehen? Die Frage, dass es auch aus dir heraus ein Gefühl geben könnte, ist das gerade das Richtige? Ist das gerade das Richtige, was ich machen möchte? Das kommt, ja, das kommt davon, wie du es genau meinst oder auf welcher Ebene man das, glaube ich, angehen möchte, gedanklich. Das ist die Frage. Ja, also, ja, es war eine recht spannende Diskussion, die sich da letztens ergeben hat, wo das Thema war. Du hast deinen, also wenn wir jetzt an den Plänen denken, also zum Beispiel einen Quartalsplan, und der äußert sich dann in einem Wochenplan und entscheidet dann darüber, was du jetzt am Montag, am Dienstag und am Mittwoch tun wirst. Und ich habe dann gesagt, ja, also ich finde das eigentlich super, wenn ich dann schaue, in diesem Quartalsplan stehen, praktisch nur Sachen, die ich auch gerne tun möchte. Und dann ziehe ich daraus den Wochenplan, ziehe ich daraus den Tagesplan, sprich, ich mache dann eigentlich nur Sachen, die ich auch gerne tun möchte. Bin ich jetzt vielleicht natürlich in einer sehr glücklichen Lage, das so zu tun. Und hängt das dann jetzt mit den Zielen zusammen? Ja, wahrscheinlich schon, weil sonst würde es ja nicht am Quartalsplan drinnen stehen. Ich glaube, da fehlt mir noch irgendwie der Link. Also wenn es kein Ziel gewesen wäre, hätte ich es nicht in den Quartalsplan aufgenommen. Und gleichzeitig sollte man aber, glaube ich, trotzdem überprüfen, sozusagen im Hier und Jetzt und Heute, wie ich es gemacht habe, hat es mir Spaß gemacht, fand ich es gut, oder möchte ich dann noch was verändern auf dieser Ecke? Ja, da sind wir irgendwo auch bei so lebensphilosophischen Fragen drinnen, nämlich, was du jetzt am Ende gesagt hast, eben macht man überhaupt eine Arbeit, in Anführungsstrichen, die einem Spaß macht? Und bei dem Punkt finde ich besonders interessant, dass man, wie sagt man das am besten? Also, es klingt immer sehr nach Voodoo, wenn man sagt, ja, aber hier, du musst deine Leidenschaft finden und dann diesen Job machen, weil dann natürlich die Antwort sofort kommt, ja, aber das ist unmöglich, das ist einfach unrealistisch, dass ich das schaffe. Also so als Standardantwort, ohne... Nicht das Finden, sondern den Traumjob. Also einfach etwas zu finden, was die Leidenschaft ist. Und da ist schon ein guter Punkt, absolut richtig, weil nämlich, Unterschied zwischen Traumjob und Leidenschaft, ist das das Gleiche oder ist es nicht das Gleiche? Das ist ja schon wieder eine andere Ebene oder eine andere Frage. Und was ich ja da eben gut finde, dass man vielleicht auf mehreren Ebenen darüber nachdenken sollte oder müsste oder das zumindest andenken sollte, ist, welche Seite sich wohin annähern kann oder sollte. Weil eben, wenn wir jetzt nur die Gegenüberstellung nehmen von, mein primäres Ziel ist, die Leidenschaft, die größte Leidenschaft in meinem Leben zu finden und einen Traumjob zu haben. Und da müsste ja die erste Frage dann sein, ist das das Gleiche? Und wenn ich das dann mal auseinander dividiert habe oder festgestellt habe, meine Leidenschaft ist dies und das und ich kann daraus einen Job machen, also kann es in Anführungsstrichen natürlich, gibt es ja viele Rahmenbedingungen, ob das jetzt immer klappt oder nicht. Das sei jetzt mal dahingestellt, das geht in ganz andere Überlegungen hinein. Aber wenn ich das mal festgestellt habe, dann entstehen ja ganz andere Pläne oder Ziele. Weil dann kommt nämlich die Frage, die du vorhin gestellt hast mit, ja, aber ist es dann, wenn es im Quartalsplan ist, dann sind wir ja wieder wie letzte Woche beim, identifiziere ich mich damit mit der Arbeit? Schon, schon, weil ich glaube, du musst schon diesen Rückschluss, ist Rückschluss das richtige Wort, diese Überprüfung drinnen haben. Wenn du dich in so ein enges Konzept planst und damit probierst, deine Effizienz zu steigern, dann kann man natürlich schnell abrutschen in Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und dann kommt es vielleicht zu kurz, ist es eigentlich das, was du willst. Und ich glaube, diesen Rückschluss braucht es schon immer wieder, so ein Feedback-Loop vielleicht könnte man es nennen, um regelmäßig zu überprüfen, ist dieser Weg eigentlich der richtige für mich und ganz besonders auch für mich. Die Unterscheidung in Leidenschaft und Traumjob ist mir jetzt was eingefallen von meinem ehemaligen Projektleiter, den ich sehr schätze. Er hat ein schönes Bild gehabt, vier Dimensionen, ich glaube, er hat das so ein bisschen im Kreis aufgemalt gehabt, vier Dimensionen, kann ich gut, mache ich gerne, bringt viel Geld, ist gut für die, nicht Umwelt, aber halt für die, wie sagt man, für das allgemeine Wohl, allgemeinheit, gut fürs Ganze so ungefähr. Und du brauchst mindestens zwei, am besten eher drei. Weil mit einem geht es gar nicht, das wissen wir alle, also nur Geld verdienen, das bringt dich um. Nur Sachen machen, weil es Spaß macht, aber nicht gut kannst, das ist eben der Punkt, nur weil es Spaß macht, aber du es nicht gut kannst, schlechte Mischung. und umgekehrt, also mindestens zwei, eher drei. Und das sieht man auch oft, viele Menschen, die vielleicht nicht unsummen verdienen, aber irgendwie was Gutes tun für wen auch immer und im Idealfall dann eben zum Beispiel noch was Gutes, also was tun, was sie gerne tun, da sind wir schon bei zwei Sachen. Und wenn sie das vielleicht sogar noch gut können, dann sind es schon drei. Und das geht sich gut aus und das ist, finde ich, ein schönes Bild, was man immer wieder mal sich vor Augen holen sollte. Also im Idealfall kann man halt was Gutes, was man auch gern macht. Ja. Da gibt es aber einige, die das Problem haben, dass das nicht so der Fall ist. Das ist schon ein wirkliches Problem. Es gibt oft Menschen, die können was richtig gut, aber es macht ihnen einfach keinen Spaß. Das ist auch... Das ist so ein Drama auf der einen Seite, über das man natürlich dann intensiv nachdenken sollte, ob man vielleicht nicht irgendwie Aspekte dieser Tätigkeit nicht mag. Ja. Das kann oft sein. Und dann ist die Frage, wie befreie ich mich von diesen Aspekten? Weil es kann sein, ich habe zum Beispiel letztens ein Coaching-Gespräch gehabt, da ging es um die Frage, ich bin so gern kreativ und habe so gerne, also ich spiele gern, also da geht es um Musik, ich spiele gern, ich komponiere gern, ich schaffe gern. Schaffen war auch so ein wesentliches Wort. Also ich schaffe gern neue Sachen. Und dann ist die Frage, und dann, das war der Ausgangspunkt des Gesprächs, dann muss ich darüber nachdenken, wie könnte ich das vermarkten? Und dieser Vermarktungsaspekt, der hat den Spaß rausgenommen aus der ganzen Sache. Weil damit auf einmal kommen tausend Gedanken und Ideen, wo kann ich das vermarkten und wie mache ich das? Und eigentlich macht mir das keine Freude. Und das ging so, bumm, 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 bumm. Und auf einmal war der Spaß am Spielen, der Spaß am Komponieren, war weg, weil die Frage im Vordergrund steht, wie kann ich das vermarkten? Und die ist immer gekommen, egal, da eine neue Idee, sofort, ja, muss man vermarkten und weg was. Und wenn du dich mal löst, dann davon zu sagen, ich muss das gar nicht vermarkten, weil entweder du glaubst ans Universum und sagst, ja, wenn ich was Gutes habe, dann wird das schon von alleine irgendwie den Weg nach draußen finden oder was auch immer. Oder du suchst dir einen Professionellen, der dich unterstützt, etc. Dann kannst du es vielleicht schaffen, dass du auf einmal das, was du gut kannst, auch gerne machst, weil vielleicht nur etwas davor war, sich etwas davor geschoben hat, was dich daran zweifeln lässt, ob das auch das ist, was du gerne tust. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit daran gedacht, was wir die letzten paar Mal auch immer wieder angesprochen haben in diversen Detail-Ausführungen mit Führungsfragen und natürlich auch so Produktivitätsfragen, die genau bei den Dingen für mich natürlich massiv überall mitschwingen, weil da fallen mir ja dann zehn Fragen ein, einfach so nacheinander, wenn ich jetzt versuche, die Proteste so ein bisschen für mich selber zu verstehen, weil es ja wesentlich ist für die einerseits für die Führung eines Teams, für die Arbeit innerhalb eines Teams als Teammitglied, für den Erfolg eines kleinen bis großen Projektes, aber natürlich genauso auch auf Individualebene mit wie kann ich meine Tage, meinen Arbeitstag am besten planen und strukturieren und organisieren und welche Tools nutze ich und welche Methoden verfolge ich und wie passe ich dann wieder diese Überlegungen in ein Gesamtkonstrukt hinein und das ist halt ich frage mich jetzt tatsächlich gerade wo die besten gedanklichen Startpunkte sind für die unterschiedlichen Ebenen weil wenn wir jetzt zurückdenken an unsere Coaching-Zeit im Sport ist halt da gibt es jetzt nicht super viel also zumindest quasi auf der Ebene auf der wir waren mit ich sage jetzt mal schon Amateur-Sport aber halt ich sage jetzt Leistungssport weil es waren eben drei, vier, fünf Mal die Woche Training komplett gestaffelter klarer Jahresablauf etc. das heißt auf Individualebene hatten wir natürlich nicht viel Spielraum weil Trainingszeit war Trainingszeit das heißt du konntest nicht sagen naja da organisiere ich mir den Tag ein bisschen anders nein es war klar dass du zu dem Zeitpunkt musst du am Platz stehen und nach dem Training fährst du wieder weg vom Platz sozusagen und dann kannst du natürlich darüber reflektieren ist eh klar aber du hast halt in einem Individualkontext nicht viel Spielraum und das zeigt ja natürlich dass da eine andere also dass da der Kontext natürlich ein ganz anderer ist für die Individualentscheidungen oder Gedanken als für ein Team wo für das Team natürlich dann ganz andere Fragen zu stellen was ist unser Ziel als Team welche Methoden können wir nutzen um das und das zu erreichen und da sind wir ja dann wieder bei Dingen die wir die letzten paar Mal immer wieder erwähnt haben mit eben Meetings oder wie kommuniziert man oder wie funktioniert Führung und wie bringe ich als Führungskraft bestimmte Richtungen hinein und so weiter und so fort also ich finde das immer oder jetzt gerade finde ich das sehr interessant so als Gedanke wo man wo man ansetzt weil es ja natürlich bei sämtlichen nehmen wir jetzt grob Coaching oder einfach die Arbeit dass man anderen Menschen hilft jetzt so ganz grob gesagt da muss man halt wissen wo man ansetzt sozusagen also eben für deine Coaching Gespräche ja genauso also da kannst du ja musst du ja auch sehr wohl bist auf welcher Ebene du ansetzt und kannst nicht einfach sagen ja hallo ah ok naja da ist das Produkt das Problem wir haben heute über das reflektiert ich war in der Lehrsupervision heute wieder mal und haben über das reflektiert also ich habe dann den Begriff lokales Optimum eingebracht der ein bisschen aus dem Machine Learning kommt was aussagen kann du kannst ich überlege gerade wie man das also es gibt ja oft ein Gesamtoptimum und es gibt in dem was du tust ein Optimum und du darfst aber nicht zu früh irgendwie zum Optimieren anfangen also um das jetzt auf einen Coaching Prozess umzulegen zum Beispiel oft sammelst du am Anfang Themen und dann kommt halt so das eine oder andere und das ist oft verführerisch auf das erste Thema was da kommt drauf zu springen und und dann dort irgendwas zu tun also nehmen wir ein Beispiel es kommt jemand und möchte sich beruflich verändern weiterentwickeln etc. und dann in der ersten Stunde oder gleich am Anfang erzählt er da seinen Frust mit HR-Abteilungen und dann könntest du losstarten und anfangen irgendwie zu optimieren oder nachzudenken was denn das Problem zwischen dem Coachee und der HR-Abteilung sein könnte das ist aber wahrscheinlich ein Frühstart weil die große Chance besteht dass da ganz viel andere Themen noch mitschwingen was ist sich die Haltung dahinter also wie sehe ich mich selber wie bin ich mit meinen eigenen Qualifikationen und Stärken im Reinen oder habe ich mir zum Beispiel den ganzen Tag eingeredet dass ich nicht so dass ich das nicht kann und das nicht kann also so ein Problembewusstsein ja also ja ich weiß schon da habe ich noch eine Schwäche und da habe ich eine Schwäche und in all diesen Blickwinkeln über die Schwächen übersehe ich komplett wie viele Stärken ich in mir trage was ich alles gut kann und wenn ich das dann entsprechend natürlich in so ein Bewerbungsgespräch hineinbringe dann kann der andere fast nicht anders außer zum Beispiel Nein sagen das hat jetzt aber nichts mit der speziellen Situation der HE-Abteilung in einem Bewerbungsgespräch zu tun sondern das hat damit zu tun dass du von dir ein schlechtes Selbstbild hast was sich vermutlich nicht deckt mit dem Außenbild weil die meisten die mit dir zusammenarbeiten natürlich beides sehen ja klar man sieht auch ein bisschen die Schwächen aber man sieht vor allem auch die Stärken und das ist gemeint mit lokales Optimum wenn du da zu früh hinein startest und das hat mir ein bisschen an das erinnert was du gemeint hast man muss schon das Ganze sehen und Jocko würde ja sagen Detachment also sich herausnehmen aus der Situation und ich glaube das ist das Um und Auf ich wollte jetzt gerade sagen jeder Führungssituation aber ich glaube sogar das ist zu groß also zu klein gegriffen es ist für jede Arbeit eigentlich die du vor dir liegen hast das Thema du musst immer wieder sei es jetzt zum Beispiel wöchentlich vielleicht täglich ich glaube eher wöchentlich wäre ein guter Rhythmus einmal hergehen und zum Beispiel am Freitag oder so einmal durchsortieren das ist ein konkretes Beispiel du hast irgendwie ein paar To-Dos und die sollst du machen etc. und dann mal diese Liste zum Beispiel eben hernehmen und mal schauen okay diese Woche habe ich das, das und das erledigen können aber abgesehen davon was ich erledigt habe habe ich auch die richtigen Dinge erledigt waren die zum Beispiel nur weil sie irgendwie dringend waren und irgendwer drüber am lautesten geschrien hat dass er das jetzt dringend braucht oder waren das wichtige Dinge die mich oder meine Abteilung oder mein Team oder wen auch immer vorangebracht haben und das ist auch dieses Detachment sich rauszunehmen und drüber nachzudenken war das jetzt eigentlich das Richtige was ich getan habe und dann daraus dann vielleicht neue Prioritäten abzuleiten für die nächste Woche oder zu sagen das ist, wir sind da überhaupt ganz falsch und zu sagen stopp, stopp, stopp wir müssen da das ist, das bringt gar nichts wir müssen alles stehen und liegen lassen wir sind da falsch unterwegs was aber nie passiert wenn du nie den Kopf rausstreckst und und diese Gedanken machst was natürlich auch unter Reflexion fallen würde aber vielleicht ein bisschen ein anderer Blickwinkel darauf ist ja wobei da wenn man jetzt dann einen Schritt weiter geht dann wäre glaube ich so dieser Standard Rückfrage die da kommt ist ja aber was ist wenn es Ebenen gibt wo wo mir diese dieser Optimierungsgedanke aus der Entfernung sage ich jetzt mal als sehr umständlichen Satz mit allen Fachwörtern die wir jetzt gesagt haben zusammengebracht bringt mir nichts weil ich ja keinen Einfluss habe auf jetzt irgendwie größere Quartals To-Dos aus dem Projekt oder eben Gesamtziele die über alle hin weg sind und das ist ja also so so legitim die Gegenfrage ist kann man ja eigentlich dann nur nochmal das gleiche beantworten mit ja aber du musst zuerst auf deiner Individualebene beginnen für dich Sachen zu optimieren unabhängig von eben dieser Identifikation mit dem mit der konkreten To-Do Liste oder dem Gesamtprojekt und das ja würde ich genauso sehen ja weil du musst du musst einmal auch auf dich bezogen und deinen Vorgesetzten Vorgesetzten du musst bring einmal deine Sachen in Griff sei einmal der Mitarbeiter der seine Sachen rechtzeitig macht der seine Sachen vollendet der alles zusammenbringt was du ihm auftragst und dann kann man sich natürlich ganz anders positionieren um dann zu sagen du ich habe das Gefühl wir sollten da die Prioritäten anders legen das sagt sich natürlich aus dem Aspekt heraus ich mache immer meine Arbeit brav und man braucht sich um mich nicht kümmern weil ich einfach die Dinge tue wie sie erledigt gehören ganz anders stellt sich das dar also als wie wenn irgendwer der eh nie seine Sachen bringt und dann noch zum Meckern anfängt dass er der Meinung ist dass man die falschen Dinge tun das will ja keiner hören aber wenn du der Mitarbeiter sein magst der erfolgreich ist der gesehen wird ja dann bring einmal deine Aufgaben zusammen und das hängt natürlich viel damit zusammen deinen eigenen ich wollte jetzt Hausstall sagen aber das ergibt gar keinen Sinn also deinen eigenen Mist einmal im Griff zu bekommen und dann fang an auf die nächste Ebene zu denken und du nicht gleich also weil wenn du zu groß denkst ist ja oft die Gefahr dass du dass du sich abschrecken lässt davon du sagst dann ja man sollte alles neu denken wir haben letztens das Beispiel Universität gehabt niemand kann eine Institution wie eine Universität neu denken nicht mal der Rektor kann da groß Welten verschieben das ist wie so ein Tanker der fährt und fährt und fährt und dann kann man irgendwas ein bisschen tun aber nicht ganz groß und trotzdem sollten wir natürlich ab und zu mal das große Ganze vor Augen haben immer wieder sich detachen und sagen okay wo stehe ich im Vergleich zum Ganzen wie steht das Ganze könnte man im Ganzen was ändern und daraus aber noch viel wesentlicher Inputs für sich selber rausgewinnen was kann ich tun in meinem Teil was kann ich mit meinen Mitarbeitern tun was kann ich für mich tun ich glaube das ist das ist oft da wird dann so hilflos gesagt ja aber ich kann ja nichts tun ja weiß ich nicht ich glaube man kann wesentlich mehr tun als man auf den ersten Blick hin oft glaubt und einem möglich erscheint ja also da bin ich auch dabei dass es natürlich den Startpunkt braucht es dass man sich die Dinge selbst sozusagen zurechtlegt bevor man bevor man versucht naja gut ich meine man kann das Große und Ganze schon im Blick behalten wie du gesagt hast aber ich meine der Start muss halt immer bei einem selber sein ich denke ich versuche nur die ganze Zeit dann passende Gegenargumente zu finden die man halt in solchen Gesprächen dann immer wieder auch hört also egal ob man jetzt mit Freunden und Bekannten spricht und über die Arbeit spricht also dann damit sind wir fast wieder bei dem allerersten Thema mit irgendwie Leidenschaft und Traumjob oder so also wenn wir jetzt alle an unseren Freundesgeist denken wie viele Menschen können das ehrlich behaupten auf einer reflektierten Ebene dass sie sagen ja stimmt das ist der Job mit dem mit dem bin ich zufrieden beziehungsweise das geht fast sogar schon zu weit denke ich mir jetzt gerade weil eigentlich müsste doch diese die Frage dann von uns oder halt im Freundesgeist ja viel genauer gestellt werden nämlich auf diese individuelle Arbeitsprozessebene bist du mit deinen individuellen Arbeitsprozessen sozusagen zufrieden und gar nicht und gar nicht sagen so ja wie findest du deinen Job ist dein Team gut sind deine Arbeitszeiten passen die und findest du die Unternehmensziele gut sondern vielleicht eher die Frage stellen so wenn du jetzt eben dieses Detachment machst und einfach nur überlegst wie findest du deine Arbeitstage so und deine Arbeitswoche unabhängig von was deine deine Kolleginnen und Kollegen gegenüber macht oder was dein Chef gesagt hat sondern einfach nur für deine Ebene und da sind wir ja genau bei diesen Dingen nur ganz kurz noch was wo wir ja den Cal Newport ja auch immer wieder erwähnen wo es ja darum geht eben Deep Work müssen E-Mails sein wie stehst du auf in der Früh was wir ja auch schon mal erwähnt haben mit aufstehen in der Früh Bett machen und dann beginnt der Tag schon mal gut also wie wie sind die individuellen Arbeitsprozesse und dann kann man vielleicht weiter reflektieren auf irgendwie andere Ebenen oder anders nachdenken voll ich wollte auf den Punkt ein der mir jetzt gerade im Anfangen des Satzes hinuntergefallen ist ja das ist ganz toll ich kann es versuchen nochmal zu wiederholen den Monolog gar nicht soll ich Stichworte nennen vielleicht na warte den Arbeitsprozess war es ah was wollte ich zum Arbeitsprozess sagen ja dass du halt weg bist davon nein dass du nicht weg bist sondern dass du drinnen bist weil wenn dir das gefällt ah ich wollte sagen genau dass die man kann ja oft sagen also es gibt sozusagen diesen Ansatz und ich halte viel von dem die die Menschen halten sich deswegen in einem Gleichgewicht weil ihnen auf dies also nicht im Gleichgewicht aber zum Beispiel an einer Position an einem Job weil ihnen an dem Job etwas mehr behakt oder besser tut oder besser gefällt als irgendwelche Alternativen und die Alternativen könnten zum Beispiel sein sich einem Bewerbungsprozess zu unterziehen oder zu unterwerfen je nachdem wie man das sieht und in diesem Bewerbungsprozess da wird man dann gemustert und begutachtet und das finden manche nicht gut verstehe ich ja also einfach dann und es gibt die Chance dass dann wer nein zu dir sagt und du dich damit irgendwie abgewertet fühlst weil du das persönlich nimmst etc. und damit muss man dann sagen okay der Schmerz dort zu sein ist scheinbar kleiner als die Mühe Bewerbungen also überhaupt offene Stellen zu suchen dich darauf zu bewerben und dich dem gesamten Gewerbe Bewerbeprozedere zu unterziehen eigentlich im weitesten Sinne macht das Sinn ja ich meine es ist vor allem halt viele Sachen die wir jetzt schon gesagt haben und das muss man ich finde das echt schwer weil das muss man da muss man viele Sachen gedanklich aus differenzieren nämlich eigentlich die Punkte die wir am Anfang schon gesagt haben mit mit Fragen von Leidenschaft Raumjob die Fragen von macht es Spaß tut es der Umwelt gut kann ich das gut kann ich damit meine Rechnungen bezahlen etc. und dann kommen wir ja also es ist einfach ich finde es sehr 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 schwierig was ich eben vorhin schon diese allgemeinen Fragen gestellt habe mit dass es halt finde ich wichtig ist die Ebene dann in so einer Beratung oder Coaching oder wie auch immer oder halt natürlich auch in einer Selbstreflexion klar festzulegen wo man überhaupt beginnen möchte ja aber jetzt fällt mir schwierig ich meine ich weiß es mein Lieblingswort dieses Prioritäten setzen aber mir fällt ein Freund an der nicht hundertprozentig mit jedem Aspekt seiner Arbeit zufrieden und glücklich ist glücklich ist einmal sein Wort über das man nach Ausgiebe gesprochen könnte aber was ihm massiv gefällt an dem Job dass er warum auch immer viele Freiheiten hat die vor allem unter Anführungszeichen mehr Urlaubszeit sich übersetzen lassen also quasi er arbeitet hart 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 und dann kann er ausgiebig auf Urlaub fahren und diesen Aspekt den schätzt er halt geradezu über allem und deswegen sagt er naja wo würde ich das sonst kriegen und damit hat er wahrscheinlich gar nicht so unrecht dass in sehr vielen anderen Settings ich meine jetzt angestellte Arbeitsverhältnisse dass er in sehr vielen anderen angestellten Verhältnissen wahrscheinlich nicht einfach diese Freiheit hätte dass er in Wahrheit wesentlich mehr als diese fünf Wochen Urlaub hat die die halt üblicherweise zur Verfügung stehen und das ist für ihn halt ein riesig starkes Incent um ja um einfach dort zu bleiben das ist der Punkt das ist aber spannend weil dann ist die die dann ist das wesentliche an der Arbeitsstelle die Zeit die man nicht mit der Arbeit verbringt habe ich das jetzt richtig verstanden naja das kann man natürlich überspitzt so zusammenfassen klar ja klar ja und da aber ich meine es ist ein guter Punkt schon oder das ist genau der Punkt nämlich sei jetzt mal dahingestellt wie überspitzt man das formulieren möchte wie auch immer aber da sind wir doch genau in der Frage von Leidenschaft und Traum Job weil die Frage ist ja dann also wäre für mich bei sowas die Frage was passiert zum Beispiel in diesem Urlaub weil ich also um das quasi jetzt sehr grob zu durchzudenken ist ja die Möglichkeit definitiv da dass in dem Urlaub wo man eben von der Arbeit fern ist man sich mit etwas beschäftigt dass einem tatsächlich also mehr wieder blöde Begriffe aber mehr Spaß macht sozusagen oder vielleicht eben auch in dieser Leidenschaftsrichtung geht dass ich komme endlich weg von der Arbeit dann kann ich mich mehr mit dem und dem beschäftigen und dann wäre wieder so eine Frage eigentlich wäre dann wieder die Frage wo setze ich an setze ich dort an dass ich sage hey wir schauen uns mal deine Arbeitsprozesse an ob man die noch verbessern kann oder stelle ich eine viel viel tiefer gehende Frage und sage hey wir schauen uns mal dein Leben an und überlegen uns ist die Arbeit die du machst ist es das was du machen willst und ist nicht vielleicht das was du in deinem Urlaub machst die Leidenschaft wo du also weil nämlich stell dir vor du könntest das ganze Bild flippen stell dir vor du müsstest weniger arbeiten Urlaub vom Urlaub nehmen ja aber that's the point dass du dann die Zeit die du jetzt mit der Arbeit verbringst wäre dann eine Zeit wo du sagst hey fühlt sich für mich an wie Urlaub und dann wäre das genau ja 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 ich war auch vorher dort die Frage die sich mir nur sofort aufgedrängt hat ist also das gehen wir jetzt von dem Klassischen aus der irgendwie 40 plus Stunden wo arbeitet also klassisch dafür könnte man wahrscheinlich eine über die Rübe bekommen aber sagen wir mal ja und und alles andere sozusagen das was ich im Urlaub so gerne mache das hat natürlich schon so diesen Aussteiger Flair mit sich oder der schwingt da für mich stark mit weil wenn jemand sagt er geht halt im Urlaub gerne ich weiß nicht ich kenne ein paar die gehen surfen auf Trinidad Tobago oder wenn anderen die der geht gerne langlaufen nach Finnland und jetzt ist die Frage ja okay das tut er gerne oder das tun sie gerne surfenderweise ja klar jetzt kann ich den Surfstand in Trinidad Tobago aufmachen aber das meine ich dann mit Ausstiegsszenario das ist schon da ist schon also ja da ist halt dann nichts mit regelmäßig hingehalten Einkommen und kann man alles denken aber man muss schon sagen okay das ist einfach das ist ein Life Changer und das kann gut gehen aber das muss deswegen finde ich ein gutes Beispiel weil das ja für mich dann eigentlich eine also das das verfeinert für mich wieder die Frage ein bisschen weil dann sind wir ja nicht mehr bei Lebensfragen sondern dann sind wir ja dann können wir ja automatisch wieder zurück uns die Frage stellen über Arbeitsprozesse weil dann ist das für mich so eine Hobbygeschichte die ja super wichtig ist dass du einfach dann natürlich diese 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 Balance bekommst auch eben in deinem Leben dass du dann natürlich ein Hobby hast wo du dich halt voll und ganz in einem Flow sag ich mal begeben kannst und du dich dort natürlich sehr also gerade mit zu körperlicher Betätigung und Sport ist das natürlich klarerweise du bist halt auch viel mehr in dem Moment und lebst halt wirklich du lebst mehr als wenn du jetzt in der Arbeit bist wo du nicht so lebst sozusagen und da wird aber genau für mich das wieder mehr Sinn machen zu sagen hey wie kann man dann über die Arbeit reflektieren weil dann haben wir das ja relativ klar getrennt dann kann man sagen okay die Zeit die du nicht arbeitest ist eine wichtige Zeit weil dort bewusste Hobbys oder Entscheidungen gemacht werden jetzt surfen oder langlaufen oder was auch immer und dann ist aber die Frage wie kann man die andere Seite der Medaille auch vielleicht ein bisschen mehr in die Richtung bringen wobei abschließend noch zu dem wenn mich auch interessiert wie du das denkst ist ob man ob man bei sowas dann tatsächlich die die Frage stellen muss ob es denn ja das ist wieder dieses Spaßwort ist einfach so blöd ob es den Leuten Spaß macht den Job zu machen oder wieso sie den Job dann machen wenn also da sind für mich so viele schwierige Ebenen drinnen die halt auch natürlich sehr philosophisch anzugehen sind in erster Linie nämlich worum geht es quasi im Leben überhaupt und das weiß ich gar nicht weil bei dem Beispiel wäre dann für mich tatsächlich die Frage okay es ist ja nicht so dass die Person während sie arbeitet vollkommen depressiv ist und irgendwie alle Begleiterscheinungen hat und sich nur deswegen auf den Urlaub freut weil dort anderes passiert also das wäre nochmal ein anderes Stadium irgendwie ja aber ich glaube es gibt ganz viele die einfach sozusagen Arbeiters notwendiges Übel sehen und das heißt und Übel ist es vielleicht schon sogar zu hart ausgedrückt aber einfach ja die gehen halt hin kriegt man halt Geld tun eben das vielleicht sogar ganz gut das war eben der Aspekt von vorher an diese vier Seiten das was er tut kann er ganz gut oder sie aber der Spaß liegt jetzt nicht unbedingt dort super gekoppelt also jetzt das war jetzt ironisch super gekoppelt ist das Ganze natürlich immer dann wenn du was gut kannst dafür gutes Geld bekommst aber leider macht es halt keinen Spaß das ist oft ein Drama auf der Ebene deswegen auch der Hinweis es sollten eher drei Sachen sein als zwei weil eben zwei oft zu wenig ist und ja aber dann sind wir ja tatsächlich ich glaube das ist schon der Punkt weil wenn du das nicht super viel Freude machst dann ist dir in Wahrheit auch egal ob das jetzt super effizient abläuft also je nachdem also wenn du zum Beispiel gefangen bist in solchen ich komme um acht und ich gehe um fünf wieder dann ist dir egal ob das effizient läuft oder nicht also ich glaube so drastisch muss man das mal formulieren und was also einerseits sind das ja dann eben massive lebensphilosophische Fragen wie man sich das selber vorstellt aber auf der anderen Seite ist ja genau da wieder dieser Reflexionsebene unheimlich wichtig dass dass eben nicht zum Beispiel sowas passiert was du jetzt am Ende gesagt hast ist dass sich dann rausstellt dass du eben von acht bis acht jeden Tag arbeiten bist sozusagen und dich nur deswegen auf den Urlaub freust weil du dann nicht mehr von acht bis acht irgendwas machen musst und das ist ja genau so eine Reflexionsfrage mit okay was erwarte ich von dem Ganzen überhaupt ja aber da bringt es diese Reflexionsebene schon rein und eben wie gesagt man sollte finde ich immer Arbeit und Leben gemeinsam denken weil halt das eine oder das andere schwer möglich ist und da gibt es auch genug schöne Beispiele wo sich die Leute dann die Arbeit so richten dass sie sinngemäß dann noch halb drei im Freibad liegen weil ihnen das halt taugt und ja da ist die Arbeit halt vorbei ja natürlich wird der nicht den extra Fleiß reinstecken und noch ein Stündchen bleiben um um mehr zu machen aber da erinnere ich mich daran die Zahlen waren glaube ich schon von dem wo ich es jetzt unter Anführungszeichen paraphrasiere schon ich glaube 10% mehr arbeiten bringt 40% mehr Geld und das ist aber genau dieser Punkt jemand der den es gar nicht interessiert der wird nicht einmal also der wird schauen dass er eher eine Minute früher als eine Minute später geht und andere die es richtig richtig interessiert die schauen halt im Zweifel gar nicht so genau auf die Uhr was da eigentlich passiert und sind eher ein bisschen länger dran und da ist auch relativ klar dass der Output dann also bedeutend bedeutend besser ist natürlich klar weil ich meine alles was du mit großer Leidenschaft betreibst und mit großem Fleiß und also nein nur Leidenschaft reicht manchmal nicht aber aber halt was du entsprechend kompetent bist oder Kompetenz aufgebaut hast das ist vielleicht wichtiger das entscheidet halt natürlich massiv und da ist vielleicht sozusagen eben Engagement und Zeit die du da reinsteckst ein Gradmesser dafür wie kompetent du dann wirst in deinem Job ja aber da ist und deswegen dann so viel mehr geht da ist aber für mich auch die Frage wo 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 von welcher Seite aus man das anstößt oder beginnt weil wenn wenn bestimmte solche also wenn Reflexionsprozesse dann Output orientiert angestoßen werden es ist halt es ist vielleicht problematischer als wenn die intrinsisch kommen sozusagen dass man sich selber das quasi also es ist halt eben die Frage worauf man etwas aufbaut oder eben wo womit also passt ja auch wieder zum Einstiegsthema ist womit wodurch oder womit validierst du dann die Arbeit und wie kommst du dann überhaupt auf diese Reflexionsstufe weil das wäre das ist eben natürlich die spannende Frage ob man das jetzt nur runterbrechen möchte auf ein auf auf ein Coaching Beratungs Leadership Business dass man sagt man hat als Zielgruppe Menschen die schon auf eine gewisse Art und Weise diese Reflexionsstufe erreicht haben weil sonst würden sie ja diese Unterstützung nicht in Anspruch nehmen und will man jetzt einfach quasi random mäßig in ein Unternehmen gehen und sagen so du ich sage dir jetzt was du machen musst auf welcher Reflexionsebene damit deine Arbeit besser wird und die Person nur so wo kommst du her und wieso sollte ich bei mir passt alles sozusagen und dann ist halt die Frage es ist vielleicht wieder so eine Führungskräfte Frage eigentlich ob man das auf Führungskräfte Ebene dann sagt ja ich sehe den Output und kann so zumindest Interventionen vielleicht vorschlagen oder es ist wieder so die Frage auf welcher Ebene ich das anstarten möchte und ob es einfacher ist oder einfacher ist jetzt blödes Wort aber ob die Zielgruppe sein sollte Menschen die schon den Prozess begonnen haben oder ob das Schöne wäre mehr Menschen auf diesen Reflexionsprozess überhaupt zu bringen und wie bringt man die dann auf diesen Reflexionsprozess weil ja dann am Ende eigentlich ganz viele Lebensfragen da rauskommen oder im Vordergrund stehen Das erinnert mich was der Kurt uns letztens erzählt hat wie wir Remote Leadership promoten wollten wo das Thema ist und das ist jetzt in einem Seminar was ich bei dir heute ja gerade Besuch auch wieder aufgekommen und ungefähr dieselbe Folie du erinnerst dich er hat die Blog-Beiträge eingeteilt in das Problembewusstsein vom potenziellen Kunden also quasi ich glaube die erste Stufe ist kennt das also hat irgendwas aber kann das Problem nicht benennen und dann gibt es die Stufe mit kann das Problem benennen aber weil es noch keine Lösung dafür und dann kennt die Lösung aber noch keine Anbieter und letztendlich kennst du dann Anbieter und quasi dann rufst du bei irgendjemandem an und sagst hey du das will ich was kostest und das ist ein relativ breites Band ein relativ breites Band von von Möglichkeiten und in deinem Fall jetzt ja also klar ich meine wenn der Kunde das Problem nicht mal als solches identifizieren kann sondern sich nur unwohl fühlt ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh dann wird ihm das noch nicht gelingen das was du gerade weil dann ist die die große Überraschung von was von was ich da gesprochen ja und natürlich wie immer die Frage wie wie kommt man dann einen Schritt weiter aber weißt du durch 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 Lebensumstände ich meine zum Beispiel das ein ein gern gesagter Spruch von mir ist ja irgendwie das Leben stellt dich vor Herausforderungen immer wieder manche kleiner manche größer etc und wenn dir deine Arbeit so dermaßen wenig Spaß macht dass du dich schon schlecht fühlst deswegen indem du dich ärgerst oder indem du weiß ich nicht gelangweilt bist oder indem du was auch immer ja dann wird diese Herausforderung halt über die Zeit immer größer und wenn du die Zeichen der Zeit dann erkennst und feststellst okay das könnte an meinem Job liegen ich sollte mal darüber nachdenken was ich so den ganzen Tag tue ob es mir überhaupt Spaß macht oder eben nicht dann ja dann knackst du das Rätsel oder eben nicht und wenn du es nicht knackst dann stellt dir das Leben meistens eine noch größere Aufgabe und bereitet dir dann zum Beispiel Bauchschmerzen oder oder andere Dinge halt ja spannend und ich glaube dass das sozusagen der der logische Ansatz ist so anzufangen und heutzutage gibt noch viele schöne andere Möglichkeiten es könnte dir einfach YouTube so nett sein und dir irgendein Video in deiner Timeline spielen wo du durch was auch immer durch den guten catchy Titel oder das schöne Bild was du dir dann draufklicken möchtest oder du geradezu gezwungen wirst drauf zu klicken und dann passieren dort halt ja da spricht dich halt was an da resoniert was mit dir und aus dem heraus auf einmal gehen dir die Augen auf und du denkst dir wow stimmt das sollte ich mal ein bisschen tun und dann kommen vielleicht je nach ein paar andere Videos oder dann suchst du mal aktiv danach und dann eben kommst du in dieses Problembewusstsein hinein okay auf einmal ist klar du kannst es benennen und du kannst vielleicht den Finger drauflegen du hast zwar noch keine Lösung aber dir ist mal klar worum es geht okay mir ist Fartdinger ich fange mich jetzt die ganze Zeit weil das finde ich so super aber ich denke mir jetzt oft oder ich denke mir dass es oft die Situationen gibt dass man zu früh auf die Methoden und Tool Ebene kommt bei sowas und lokale Optimierung ja richtig ja richtig aber wirklich ganz weit gedacht und eben also wieder sind ja diese Cal Newport Tipps und Fragen und wie auch immer es ist halt ich frage mich jetzt nämlich ob ohne eine Reflexionsebene es zum Beispiel Sinn machen würde Menschen vorzuschlagen eine anfangs sinnvolle To-Do-Liste zu führen und halt Deep Work zu machen weil wenn du es nicht irgendwie auf der auf dieser Problembewusstseinsstufe hast dann dann kannst du mit dem Konzept oder mit der Methode nichts beginnen dass dir jemand sagt hey nimm mal eine Stunde her dreh alle Notifications ab und konzentriere dich quasi mit singulärem Fokus auf die eine Sache und mach die fertig weil wenn du eben da bestimmte Gedankenebenen nie erreicht hast dann also dann beginnst du damit nichts mit einer Stunde soll ich mich für das Problem quasi begeistern können verstehe ich nicht ja ja also ich glaube ganz klassisch wie wir es jetzt gerade gesagt haben also in dem Moment wo dieses Problembewusstsein gar nicht da ist dein Handy lenkt dich ab den ganzen Tag und du bringst deswegen unter Anführungszeichen weniger zusammen als eigentlich möglich wäre wenn das nicht da ist ja klar ich meine dann dann weißt du das ist so wie wenn du keine Ahnung dich vor Konservative hinstellst und ihnen die die tollsten progressiven Ideen vorstellst dann werden sie nur Kopf schütteln sich umdrehen und gehen weil das fällt einfach nicht auf fruchtbaren Boden also ich glaube du musst schon ein bisschen hier den Boden aufbereiten damit das nicht Perlen vor die Säue werfen müssen und das finde ich oft so wichtig das merkt man auch oft bei freundschaftlichen Rad zum Beispiel dass man da schießt man einfach schnell ich meine Rad sind auch nur Ratschläge oder wie geht das aber man springt viel zu schnell auf irgendwelche Conclusions ein also man kriegt was erzählt und da steht halt irgendwas gerade im Vordergrund und dann hat man so den super Tipp bei der Hand so naja dann weiß ich nicht dann bewirb dich halt mal woanders oder oder kündig mal oder mach dich doch selbstständig oder ändert deine Ernährung oder was auch immer und es gibt ganz viele Gründe und Möglichkeiten warum es halt zu dieser Manifestierung dieses Problems kam und das muss ganz wenig zu tun haben mit was halt dort aktuell läuft oder schönes Beispiel ist ja oft was ist ich du fühlst dich in deinem Job irgendwie überfordert weil du zu viele Aufgaben bekommst und unter diesem Arbeitsdruck sozusagen leidest und dann sagst du ja das ist ja Wahnsinn hier in dieser Firma ich muss weg und dann kündigst du suchst einen neuen Job und einen Monat später bist du wieder komplett überladen mit Arbeit und dann ist genau das was du immer so gerne ansprichst ja dann ist dann ist deine Reflexion schief gelaufen weil dann war dein Problem nicht die Arbeit und die Firma und der Job sondern sorry wenn ich das so sage aber du warst das Problem weil du es nicht nicht erkannt hast dass du mal ab und zu nein sagen müsstest dass du dich mal um deine Befindlichkeiten kümmern müsstest dass du dich um deine eigene Agenda um deine eigenen Prioritäten kümmern musst und das hast du versäumt und das hört natürlich niemand gerne aber du hättest im Zweifel dann drei neue Jobs oder drei neue Beziehungen oder was auch immer leisten nicht leisten also sparen können so muss man es eigentlich sagen sparen können hättest du ein wenig auf der Ecke gearbeitet das war auch ein ein zitiertes Beispiel bei Cal Newport wo er eben genau das gesagt hat ja weiß ich nicht der Vice President von irgendwas wollte schon kündigen weil er sagt ja das geht so nicht auch genau das ja komplett untergegangen in Arbeit dann hat ihm ich weiß nicht ist er zu einem Coach gegangen oder zum Mentor oder irgendwer oder ein Bekannter hat ihm gesagt du probierst doch mal lieber ein bisschen mehr mit Nein sagen und konzentrier dich auf deine Arbeit die deine Abteilung betrifft und die Geschichte geht halt so aus dass das sein bestes Jahr war mit dem höchsten Bonus den er jemals bekommen hat okay ist vielleicht ein bisschen überspitzt aber natürlich der Punkt ist halt der Richtige in dem Moment wo du die anderen also wo du dir selber bewusst bist was deine Stärken sind was deine Aufgabe in den vielen Zahnrädern des Unternehmens sind und du dich nicht überreden lässt überall aufzuzeigen ja ich bin da ich mache es kein Problem in dem Moment kannst du halt deiner eigenen Arbeit nachgehen und das wird wahrscheinlich auch sehr stark anerkannt werden dass du diese Sachen dann erfolgreich machst für die du eigentlich im Idealfall einmal angestellt worden bist ja da ist genau das Beispiel mit den mit diesen freundschaftlichen Tipps ist halt für mich genau dieser Methoden und Tool Fokus wo halt alle erwarten dass man einfach diesen Quick Fix hat dass so aha irgendwie passt gar in der Arbeit nicht ja okay werd selbstständig und das ist ja eben genau eine vollkommen falsche Stufe und das ist eben dieser Quick Fix und wie auch immer und da ist aber auch interessant eben dass ja diese Methoden und Tools sind natürlich gut sind ja notwendig aber die kommen halt viel viel später irgendwie und da muss man ja auch dieses Mindset dann versuchen zuerst rüber zu bringen dass sich zuerst diese Reflexionsfragen gestellt werden bevor man schon also bevor man natürlich diesen Fix sucht dafür ja ich glaube was da fehlt und vielleicht dir in der Diskussion helfen könnte ist du möchtest ja eine Hypothese aufstellen darüber was denn das Problem oder Problem ist immer ein schwieriges Wort also was denn die Herausforderung sein könnte und anhand von dieser Hypothese kannst du dich dann abarbeiten und ich glaube das trifft es am besten ja weil die musst du mal bilden für dich absolut jetzt zu deinem Freund oder zu deinem Klienten oder wie auch immer halt und ja wie es halt mit Hypotheken ist die musst du halt verwerfen wenn es so ist aber bis dorthin kannst du ja mal schauen ob sie so ist und ob sie so tut ja also wie gesagt ich finde den wichtigsten Punkt da mitzunehmen ist dass man eben nicht nur diesen Quick Fix vor Augen hat weil dann kommst du halt in so ein Teufelsgeist hinein dass du von einem Quick Fix zum nächsten Quick Fix gehst und hier alle Methoden ausprobierst und dich dann erst recht ärgerst und dann nachher sagst alle Methoden waren eh Blödsinn absolut genau das wollte ich nämlich gerade sagen dass du dann jedes Mal drauf kommst ja aber das ist eine blöde Methode ja das ist eine blöde Methode und du bist halt einfach in diesem Teufelsgeist drinnen dass unglücklich passt nicht ich muss das schnell in Ordnung bringen hey die Methode probiere ich jetzt aus funktioniert natürlich nicht ah super wieder unglücklich ah die neue Methode wäre es jetzt und da bist du einfach in dem Teufelsgeist und das finde ich einen super Punkt dass man das komplett rausnimmt und nicht einfach überlegt mit okay ich benutze jetzt ein Kanban Board für meine für mein ab meinem nächsten Monat oder ich benutze jetzt ich stelle jetzt alle meine Notifications um nein Punkt eins ist eben Hypothese aufstellen was ist denn das Problem zuerst und dann können wir uns daran hangeln um das überhaupt mal zu verstehen also nicht sofort zu sagen Hypothese und dann das kann eine Antwort sein weil so funktioniert das halt dann nicht also du musst ja erstmal Problemaufriss machen und dann irgendwie Bewusstsein schaffen also das ist ja ein guter Punkt aber das macht mich derzeit verrückt dass hat ein Freund von mir am Wochenende so intensiv diskutiert dass wir wir sind in einer fürchterlichen Zeit dieser Quick Fixes wie du das nennst also quasi Beziehung na da gibt es sicher einen Besseren und gehen wir schon auf einen Neuen Job na da gibt es sicher was Besseres ja mache ich mich selbstständig nein wechsle ich Job hin und her ohne irgendwie da hinein zu gehen in die Tiefe ich glaube das war auch der Podcast von Cal Newport diesmal wir sind echt solche Fanboys von Cal Newport das gibt es gar nicht aber der Beantworte hat oft Fragen also Hörerfragen und das ist oft sehr spannend und ich meine das kann für sich betrachtet was ich jetzt sage natürlich auch ein Quick Fix sein aber man arbeitet zumindest im Sinne von Jordan Peterson einmal auf etwas hin auf ein Ziel und was ich damit meine ist zum Beispiel da war ein Beispiel von einem PhD-Studenten im Bio-Bereich Biotech oder so in der Richtung und er war im Labor also im Wet Lab also ich nehme an sie machen dort Petrischalen und so und und sein Punkt war er hat das Gefühl dass das alles in Richtung IT geht du musst du musst statistisch das auswerten können vielleicht mit Machine Learning ein bisschen kombiniert etc. was soll er tun so ungefähr und sein Vorschlag war naja wenn du das der Meinung bist dass das so ist und das ist auch mein ich meine Learn to Code dafür hat er quasi sich selber eine gegeben nachher aber ja sehr lustig aber aber der Punkt ist halt schon du kannst mit sehr geringem Zeitaufwand die Woche also angenommen du nimmst dir vor drei Stunden die Woche in irgendwas intensiv zu investieren und drei Stunden die Woche das sollte wirklich leicht möglich sein du kannst einfach vor deiner normalen Arbeit jetzt mit Homeoffice vielleicht sogar noch leichter ein Stündchen investieren das heißt entweder eine halbe Stunde früher aufstehen und ein bisschen mehr anzahnen beim Frühstücken oder was auch immer du in der Früh tust oder halt später anfangen oder wie auch immer drei Stunden die Woche das muss drin sein und du kannst in drei Stunden die Woche was schon ein Haufen Stunden im Monat sind kannst du wirklich viel bewegen sei es jetzt dich fortbilden über YouTube über Texte die es im Internet gibt über Bücher die du dir besorgst und liest über was könnte man noch ausprobieren Podcasts die du hörst ist vielleicht jetzt nicht so super zielgerichtet aber es gibt so viel und überleg was du dann in drei Monaten jetzt spinne ich das quasi von der Woche auf den Monat auf die drei Monate was du in drei Monaten dann schon an Veränderung bringen kannst die du dann entweder wieder in deinen alten Job einbringst als Erweiterung deiner Möglichkeiten oder die dir vielleicht in dann wahrscheinlich noch ein bisschen weiterer Zeit ermöglichen ganz was anderes zu tun also zum Beispiel wenn du der Meinung bist du bist irgendwo gefangen in einem Job der der weiß ich nicht ja auch ein schönes Beispiel war irgendwie ja quasi hat studiert und dann Kellner und so der Klassiker ne und hat dann erkannt dass das so nicht weitergehen kann und ist seitdem aber schon also das war irgendwie vor ein paar Monaten und ist seitdem Restaurantleiter geworden weil er quasi für sich erkannt hat er möchte auf der Ecke Gas geben er möchte auf der Ecke was erreichen ich weiß jetzt nicht was er getan hat um sozusagen da weiterzukommen aber vielleicht hat es ja ein bisschen erstens fortgebildet und zweitens wahrscheinlich einfach den Fokus verändert und den wenn ich jetzt Effort sage das ergibt vielleicht nicht so viel Sinn aber den ja aber Fokus passt ja einfach die Wertigkeit Bewusstsein und Fokus das passt ja eigentlich ganz gut in den Beispiel ja aber ich überlege gerade wie angenommen du bist jetzt Kellner und du hast jetzt mehr Fokus wie macht dich das zu einem besseren Kellner das war mir jetzt nicht so ganz also so meinst du das ja also und Effort wird vielleicht noch mehr passen aber du musst halt schon wissen auch was du tust also darum finde ich passt auch da dieser Fortbildungsaspekt irgendwie da zusammen oder vielleicht auch einfach eben wie du gerne sagst nachdenken okay du kannst ja jeden und hörst du mich ja ich habe mich selber rausgenommen na ja ganz gescheit sind wir wieder da jetzt höre ich dich wieder das war das war interessant am falschen USB-Kabel einmal kurz angekommen das hat scheinbar einmal geflickert und dann hat mich YouTube unser Tool da leise gesetzt genau also du musst schon natürlich mehr Effort vielleicht reinlegen also mehr mehr tun du musst dich aber auch fortbilden in dem Sinn was du tust und dann kommen wieder alle Effizienzfragen dazu und also das Richtige tun und das Richtige halt gut tun dann hätten wir effektiv und effizient auch abgewickelt und dann ist ganz viel möglich und da ist halt immer die Frage möchte man das möchte man das tun oder nicht weil er hätte ja auch wieder ganz was anderes tun können zum Beispiel aber natürlich wenn du schon mal zwei Jahre gekellnert hast hast du auch dort schon Kompetenz aufgebaut und wenn du der dann quasi ein bisschen einen Arschtritt verpasst um das mal so zu formulieren dann kannst du dort wahrscheinlich auch Großes erreichen und um jetzt den großen Bogen gesellschaftlich zu spannen ja klar also wenn sich nur dass sich jeder anstrengt wird zu wenig sein aber ich finde das sollte man sich nicht nehmen lassen als Einzelner dass man seine persönliche Situation massiv verändern und verbessern kann ja was ich ganz interessant fand beim also nicht nur dass wir dass wir Cal Newport ständig erwähnen aber beim Joko was mir was mir davor auch nicht so klar war in in seiner Genese sozusagen als als Karrieremensch oder als als Navy SEAL oder wie auch immer man das sagen möchte ist dass er quasi das von Anfang an irgendwie sich so als Ziel gesetzt hat oder formuliert hat dass er ein guter SEAL sein möchte und dann ist ja aber das das finde ich deswegen so spannend weil das einfach so du bist bei den Besten der Besten so quasi und sagst trotzdem du möchtest nein gar nicht gar nicht auf der Ebene sondern einfach nur als Ziel weil wieder da denke ich jetzt an an den Sport wo wir lange unterwegs waren da da gibt es keinen der als Ziel sagt ich möchte einfach nur gut sein also es ist natürlich sehr abstrakt aber da gibt es ja keinen der sagt ja mir reicht es einfach ein guter Spieler oder Spielerin zu sein ein guter Athlet ein guter Ding sondern es sind alle ich möchte der Beste oder die Beste in dem und dem sein und das fand ich aber insofern interessant als auch so als Philosophie und das passt vielleicht auch so auf diesen Produktivität so ein Reflexionspunkt und vor allem auch das was du jetzt am Ende gesagt hast ist das wenn dein Ziel ist du möchtest ein guter Kellner werden dann ist das schon unheimlich viel wert und ich fand einfach die Unterscheidung weil ich das wie gesagt aus dem Sport kommend ist das einfach einfach eine 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 unrealistische Aussage zu sagen ich möchte nur gut sein also das wird kein Mensch sagen ich möchte nur gut sein und ich fand das aber gedanklich so interessant dass man sagt das ist die Zielstellung dass ich habe quasi den und den Job oder die und die Situation und das möchte ich gut machen weil das das beinhaltet schon so viel Stufen und Ebenen an Reflexion und Produktivität und Nachdenken und so dass du irgendwas gut machst weil es immer nur der Fokus ist oder war oder vielleicht habe ich das nur so wahrgenommen dass ja alle sagen ich möchte der beste der und der sein der beste Quarterback sein ich möchte der beste Ryanback sein wie auch immer ja wobei ich gar nicht hundertprozentig weiß ob ich da ganz mit dir gehen kann weil mir fallen schon ein paar Beispiele ein wo ich geradezu in Zweifel ziehen möchte ob die überhaupt gut sein möchten ja klar aber die Grundkalibration ist immer die beste der beste in irgendwas zu werden und ich habe mich dann eben wie ich das gehört habe von ihm so wie er das dann erklärt hat fand ich das einfach auf dieser Reflexionsebene quasi sehr interessant dass ein es ist natürlich blöd also schwierig zu erklären dass du dann das ist ja dann wieder so eine Wahrnehmungsgeschichte dass du dann halt natürlich gut wie weit drunter ist gut von dem Besten oder der Besten das ist halt so vielleicht ist gut nur hier und dann ist das ja wieder ein tolles Ziel aber diese diese Grundidee von gut ich möchte einfach etwas haben in dem ich gut bin und das ist ja glaube ich also nur die Idee ist das ja eben keine klassisch von außen validierbare Situation sondern du sagst für dich selber ich möchte ein guter Navy Seal werden und dann hast du ja im Kopf was ist ein guter Navy Seal ist ein guter Teamplayer guter Läufer und das heißt ja nichts ein guter Läufer was heißt das ja nichts gute gute Maximalkraft also das sind ja alles irgendwie solche Begriffe die oder halt Ebenen die halt nichts bedeuten aber trotzdem so ein eigentlich ein super spezifisches Ziel dir selbst geben zum reflektieren weil ich möchte etwas gut können okay dann habe ich schon etwas worauf ich irgendwie mal Bezug nehmen kann ich fand es gerade irgendwie entlastend nur zu denken dass es das gut schon ausreichend ist weil ich es halt oft schwierig finde wenn man sagt der beste in was auch immer es gibt halt theoretisch nur einen besten und dann wird es halt irgendwie schnell mal unrealistisch also wenn du sagst du möchtest der beste Programmierer werden na da hast du was vorgenommen weil da gibt es ein paar verrückte Leute und das also das wird so schnell nicht gelingen und auch zu sagen du möchtest der beste Quarterback sein ist natürlich schon ein sehr elitäres Unterfangen weil da gibt es wie wir wissen eine Handvoll und dann kommt einmal lange nichts und selbst also selbst nur in diese Handvoll zu kommen ist schon sehr unrealistisch Ja aber vielleicht ist das eigentlich der wichtigste Punkt an der Sache und so blöd das dann auch klingt wenn man das dann vielleicht ausformuliert ist dass das höchste Ziel ist nie gut sich das höchste Ziel zu setzen weil es einfach zu unrealistisch erscheint und vielleicht also da weiß ich zu wenig drüber ob das dann im Unterbewusstsein in der menschlichen Psyche dann anders wirkt wenn man sich quasi das Ziel setzt der beste Programmierer zu werden aber natürlich weiß man also da muss du halt schon sehr desillusioniert sein wenn du sagst hey das kann ich ja locker erreichen so als unter Anführungsstrichen normaler Mensch wenn du dir das Ziel dann setzt ist vielleicht im Unterbewusstsein so ein bisschen ein Issue mit so wirst du nie schaffen wirst du nie schaffen und dann hast du die ganze Zeit im Hinterkopf Also ich glaube das wird sofort werken weil es gibt ja also weißt du kennst du den Begriff smarte Ziele wahrscheinlich und das R steht halt für realistisch weil halt natürlich schon wenn du gibst jetzt ein Ziel also Ziel vorgeben ist jetzt allein schon nicht der gute Ausdruck aber du kommst auf irgendein Ziel und in dem Moment wo es es kann schon hart sein und etc aber in dem Moment wo du sagst du nicht böse sein aber das wird in 100 Jahren nicht funktionieren ist natürlich dabei ihn äußerst schlecht und so gesehen ist glaube ich Realismus und ich kann das jetzt nur nach nachempfinden aber ich denke da ist schon viel geforscht worden auf der Ecke zur Frage dass das muss schon realistisch sein sonst ergibt es einfach keinen Sinn und dann ist ja ich meine das sagt man schnell einmal irgendwie so wenn man eh schon der fünftbeste ist ja ich hatte immer das Ziel der Beste zu sein das ist aber eher dieser wie heißt das der Survivor Bias würde ich sagen weil ja den hat man ein paar andere auch wahrscheinlich aber die waren halt leider nur der tausendbeste und als tausendbeste schaffst du halt leider nicht einmal annähernd in die NFL zum Beispiel um jetzt beim Schmerz zu bleiben ja es ist und damit unmöglich ja ich finde das das passt ja eben sehr gut zu dem wieder zu dem Anfangsthema mit dem mit der Radiosendung und wie machst du eine erfolgreiche Radiosendung für für was weiß ich 15, 16 Jahre da musst du da musst du halt reflektieren aber irgendwie irgendwie sind natürlich also es spielt sich halt ganz viel auf dieser auf einer ganz anderen Ebene ab als es in vielen Bereichen glaube ich kommuniziert wird weil natürlich viele mit irgendwie außenstehenden und Anfangstrichen Parametern arbeiten und dann darauf irgendwas Entwicklungen quasi runterbrechen oder damit aufzeigen wollen aber das Beispiel von der Radiosendung zeigt einem wieder dass der wesentliche Punkt beginnt halt dann schon immer bei der eigenen Arbeit oder bei den eigenen Gedanken wie man die halt von Tag zu Tag weiterentwickeln oder vorwärts bringen kann irgendwie ja schon ich habe mir jetzt gerade gedacht weil das ein guter Schluss ist vielleicht wieder zurück zum Anfang zu kommen du magst Ratespiele nicht so gern aber ich glaube du wärst überrascht wie viele Hörer dieser Ö3 Radio Wecker hat Ö3 Wecker heißt so die haben zweieinhalb fast zweieinhalb Millionen Hörer nicht jeden Tag weiß ich wie das gemessen wird aber finde ich schon eine starke Zahl weil ich weiß nicht ob es jeder Podcast von Rogan vielleicht mittlerweile höher geworden aber früher hat es immer geheißen so in den niedrigen Millionen aber ich nehme an das waren die Gesamtdownloads über gewissen Zeitraum ich glaube nicht täglich oder so aber ja also ist schon für ein kleines Land durchaus eine relevante Größe da sind sie auch mit Abstand natürlich wenn man sich ausrechnen kann Marktführer auf der Ecke schon beeindruckend eigentlich da kann man natürlich auch so Gegenfrage stellen ist halt beim Podcast werden meistens aktiv quasi irgendwo heruntergeladen und Radio ist halt du drehst halt dein Radio auf und dann läuft es halt aber unabhängig davon ist es ja also man macht nicht einfach so irgendetwas über eine Dekade plus und macht es sozusagen erfolgreich also das ist ja der Punkt an der Sache ja das ist wirklich der Punkt an der Sache ja also das das muss ich auch noch loswerden übrigens also das hat zwar nichts direkt mit einer Dekade zu tun aber wegen den 30 Jahren von Herrn Fieberg ist mir das jetzt wieder eingefallen jetzt muss ich dich doch fragen ob du was raten möchtest wie viele Astronauten glaubst du gibt es die jemals im Weltall waren boah keine Ahnung ich meine da kann ich da kann ich irgendwas sagen 20 nein es sind natürlich viel mehr also unter 800 unter 800 und das was ich das super spektakuläre daran fand es gibt eine Association also eine Vereinigung aller quasi Astronauten da kann man scheinbar Mitglied werden wenn man und die treffen sich einmal im Jahr auf einer Convention oder ich weiß nicht was alle Astronauten ich weiß nicht ob alle dort sind aber und dich eint dass du was Crazies gemacht hast was quasi niemand anderer auf der Welt gemacht hat und ich meine ich habe mir gedacht wie cool ist es dass Leute sowas organisieren und er hat gesagt die Leute die ist dort auch regelmäßig und und das sind total also lauter außergewöhnliche Menschen weil weil die halt alle das eint dass sie ich meine erstens du hast üblicherweise ein sehr strenges Auswahlverfahren das muss jetzt nichts heißen gut dafür könnte man Schimpfer bekommen und aber du hast halt eine Erfahrung gemacht die andere nicht gemacht haben du hast die Welt einmal von außen gesehen ich meine das kann außer 800 Menschen eben niemand behaupten jeder hat es auf Bildern gesehen du hast es in echt gesehen ja da kann man eben auch auf einer philosophischen oder was weiß ich spirituellen Ebene kannst du aber da viele Dinge bringen finde ich wo du halt eine Gruppe eine ganz kleine Gruppe an Menschen hast die halt einfach was außergewöhnliches gemacht haben und also die spirituelle Frage ist ja dabei glaube ich und das hat ja ich weiß gar nicht wie der geheißen das war auch beim Joe Rogan jetzt vor ein paar Monaten ein amerikanischer Astronaut der halt dann auch lange darüber gesprochen hat dass das so lustig das auch klingt natürlich deine Weltanschauung komplett änderst wenn du die Welt siehst von außen ja über das haben sie auch gesprochen du kannst Kriege und Auseinandersetzungen nicht mehr im selben Kontext sehen wenn du denkst ihr haut sich jetzt da mit denen die Schädel an und du fliegst gerade so drüber und denkst du so und er hat zum Beispiel erwähnt du siehst keine einzige und ich glaube eine Mini-Ausnahme ist vielleicht ab und zu die chinesische Mauer du siehst keine einzige von Menschen gemachte Grenze aus dem Weltall siehst aber zum Beispiel die Umwelt verschmutzt ja spannend oder Zerstörung oder so und was jeder scheinbar versteht auf der Ecke ist wie klein kann man das so sagen also wie klein die Menschheit sozusagen dann doch ist im Vergleich zur Erde so irgendwie also groß im Sinne der Zerstörung aber klein im Sinne des 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 großen ganzen der großen Welt so ungefähr ja und das dürfte wirklich also soweit ich das verstanden habe es gibt quasi ein Vorher und ein Nachher absolut und das hat sicher viele andere Faktoren auch noch aber einer davon ist glaube ich einfach dieser Perspektivenwechsel um es mal auf den Punkt zu bringen ja crazy und ich glaube mit diesem Perspektivenwechsel werden wir es lassen oder ja dann danke fürs Zuhören bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.